Wisst ihr Leute, ja ich habe meine Fernsehmütze auf, shut the frick up. Ihr kennt ja sicherlich RZ-Talks. Okay, vielleicht auch nicht die Banausen. Aber ich habe mir trotzdem die Frage gestellt, so eine nice Stimme und immer solche 10 von 10 Jokes, der Junge kann nicht perfekt sein. Er ist safe, ugly as frick. Gotta break it, right? Und dank modernster Technologie können wir Blurfilter in Videos einfach so entfernen, obwohl das gar keinen Sinn macht. Also Jungs, hier haben wir das Footage. Der Boy hat einen Jocko geladen und sich selber zensiert. Aber nicht mehr lange. Oh man, mein PC gibt alles, um das zu entpixeln. Lenna, zeig dich endlich. I'm sure you're an ugly as a mother frick. Was? Das ist also RZ-Detox? Yo, ich bin RZ-Detox. Joke, jemand anderem zu zeigen, der Face Reel ist echt null. Banger, Joke, am I right, guys? Walkouts, ich habe einen Walkout. Haben wir schon die 1000 Abos fürs Face Reel? Was? Erik hat ein Video gemacht? No, man! Äh! Sag, mashallah, einfach die Hübscher. Komm, lass uns Erik an. Lalalalalala aus dem einen Drehbauen. Lalalalalala. Ja, klar, gutes Video und so. Lalalalalala aus dem Drehbauen. 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 Lalalalalala aus dem Drehbauen.